Herzlich Willkommen zum Objekt der Woche. Mein Name ist Antunius Mikkel und heute stehen wir hier im 11. Bezirk vor einem vor kurzem renovierten Altbauhaus. Ein paar Daten zur Wohnung. Die Wohnung ist 31 Quadratmeter groß, ist im zweiten Stock. Falls Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich wenden oder an meine Kollegen. Herzlichen Dank, Ihr Antunius Mikkel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017